Wir gehen arbeiten, wir lernen, wir studieren, der Sabbat geht vorbei, es beginnt für einige der erste Tag der Woche, wir beschäftigen uns im Groben und Ganzen damit, irgendwie und irgendeinen sozialen Status zu erreichen. Wir wollen gut lernen, wir wollen gut arbeiten, wir wollen gut verdienen und wir wollen unabhängig sein. Viele Geschäftsmodelle locken neue Mitarbeiter an und versprechen Unabhängigkeit. Das sind nicht unbedingt schlechte Firmen, M-Way, deutsche Vermögensberatung, einige von euch kennen AMC-Küchenbedarf, Ergo-Versicherungen und so weiter. Und alle versprechen sie Unabhängigkeit. Wir reden über Netzwerke im Verkauf, über Mund-zu-Mund-Propaganda, wir haben etwas Gutes erfahren und wir empfehlen das den anderen. Aber gerade dieses Versprechen der Unabhängigkeit und wegen dieser Selbstständigkeit beginnen auch die Menschen da zu arbeiten. Bei manchen gelingt das, bei manchen nicht. Jede selbstständige Selbstständigkeit und scheinbare Unabhängigkeit ist mit Arbeit, Disziplin, Ordnung und Unterordnung. Auch mit Unterordnung. Du verdienst genau so viel, wie du durch deinen Erfolg verantwortest. Wenn du einen Monat gut gearbeitet hast und gut erfolgreich warst, viel verkauft hast, dann hast du ein gutes Einkommen. Wenn du einen Monat nichts verkauft hast und deine Mitarbeiter vielleicht auch nicht, dann hast du gar kein Einkommen. Vielleicht hast du sogar Verluste. Aber dieses Risiko wird verschwiegen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn du regelmäßig arbeiten gehst und gar nicht am Erfolg beteiligt werden willst. Du möchtest lieber sicheres und regelmäßiges Einkommen. Wenn dein regelmäßiges Einkommen kommt, dann hast du Planungssicherheit. Das, was du mit Sicherheit hast, damit kannst du planen. Und das ist meine Einleitung. Worauf vertraust du? Ich werde gleich einen Text lesen. Er ist schwer zu verstehen. Aber lass uns genau und aufmerksam lesen. Und dann wollen wir ein bisschen tauchen. Und schauen, was das bedeutet. Wir lesen in Hosea 9, 1, Vers 6. Wir machen das so. Ich lese es auf Deutsch. Ich lese es auf Deutsch und danach liest du es auf Russisch. Freue dich nicht, Israel, wie die Völker verlocken. Denn du bist deinem Gott untreu geworden. Hast gerne Bullerlohn genommen auf allen Korntennen. Tenne und Keter werden sie nicht nähren. Und Most wird sie im Stiche lassen. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speise essen. Sie sollen dem Herrn keinen Wein zum Trankopfer spenden. Und an ihren Schlachtopfern wird er keinen Gefallen haben. Wie Trauerbrot sollen sie ihnen sein. Alle, die davon essen, verunreinigen sich damit. Denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger. Es soll nicht kommen ins Haus des Herrn. Was wollt ihr am Feiertag tun? Am Tage des Festes des Herrn? Denn siehe, wenn sie wegen der Verwüstung weggezogen sind, so wird Ägypten sie aufnehmen, Memphis sie begraben. Diesen werden ihre silbernen kleinen Odien verbuchern, dornen über ihre Hütten. Schöpfen ist hieraxen. Ne raduysi, Israel, da wastorena, wie andere народe, iba ty bludodestuisch. Udalivsch'e von tu tue, liebisch bludodestuisch bludodestuisch. Na wszystkich gumbah. Gumbah und Tochilo nicht will deutatet, und sie will deutatet nicht. Und die ぜh da winnogbringen, ob man nicht. Nicht die nicht in diesem Geinhe des Herrn werden. Ephraim Und dann werden sie in Egipte gehen. Memphis похоронigt их, драгоценностями их und серебra завладeет Krapiva. Kalücher Tier wird in Schatrach was sagt uns der Text? Freue dich nicht Israel im Vers 1 wie die Völker vorlocken soll sich Israel nicht freuen, dass Israel an einer anderen Stelle steht geschrieben Freue dich immer oder freut euch beständig aber hier steht geschrieben Freue dich nicht Israel wie die anderen Völker Deine Freude soll nicht die Freude sein wie die Menschen sich freuen, die Gott nicht kennen und weiter steht in dem Vers denn du bist deinem Gott untreu geworden du hast gerne Bulaloon genommen auf allen Korntennen wie kann das sein? haben die Israeliten auf den Korntennen Hurerei getrieben in den Korntennen in allen Korntennen Israels aber was sind Korntennen? das sind Speicher für Getreide da wird Ernte eingesammelt und von dieser Ernte wird der Lebensunterhalt sichergestellt was sind die Korntennen heute? das sind regelmäßige Einkommen das sind Rücklagen das sind Vermögen das sind Errungenschaften das ist Fachwissen das sind Kompetenzen das sind körperliche Fähigkeiten die heutigen Korntennen das sind die Dinge die genau dieselben Zwecke erfüllen wie die damaligen Tennen die, die haben das das ist das das ist das das ist das das ist das du gebrauchst sie um deinen Lebensunterhalt zu sichern was haben also Korntennen und Hurerei zusammen? welche Verbindung bringt die Bibel hier? worauf richten wir unser Vertrauen? was ist unsere Freude? was ist für uns die Sicherheit? wenn wir darauf vertrauen dass unser Einkommen dass unsere Rücklagen unser Vermögen und unser Fachwissen unsere Fähigkeiten unsere Kompetenzen unsere Errungenschaften unsere Errungenschaften uns die Lebenshaltung sichern wenn wir darauf vertrauen und wenn wir denken dass wir uns davon ernähren dann sind wir unserem Gott und Roy und treiben und treiben Hurerei auf den Konten und wir bladadействuern na Gumnach es ist hart es ist hart es ist hart es ist hart aber so können wir diesen Text verstehen aber so können wir diesen Text verstehen но так можно понимать этот Text unsere Freude bestrengt sich dann наша Radość ограничивается dann darauf was wir verdienen das sind die Grenzen wir freuen uns nur noch über Verdienst wenn es mehr Geld gibt das beschäftigt uns das erfüllt unser Herz wie können wir noch mehr verdienen das ist all das was uns erfüllt das ist unsere Freude wenn wir noch mehr verdienen wenn wir noch mehr an die Seite gelegt haben auf verschiedenen Wegen ehrliche und unehrliche da gibt es schon keine Grenze die Werte werden verlassen wir streben nur eins an wir wollen diese Freude und diese Freude ist nicht der Herr und diese Radość das ist nicht Gott deswegen ist das Hurerei und deswegen das bludodeяние in Vaterunser da steht geschrieben da steht geschrieben da steht geschrieben Matthäus 6 vers 11 Matthäus 6 vers 11 wir gehen arbeiten wir gehen arbeiten wir haben Vermögen und wenn wir das nicht haben dann haben wir Hartz 4 und wenn wir das nicht haben dann haben wir Hartz 4 und der Tag gehört dir das ist ein Scherz aber wir haben regelmäßiges Einkommen und es scheint so dass unsere Lebenshaltung gar nicht von Gott abhängt wir sind von Gott gar nicht abhängig in unserem Verständnis brauchen wir Gott gar nicht wir beten das zwar das ist unser Ritual aber wir meinen das gar nicht was hat dieses Brot oder das Mittagessen oder das Frühstück oder das Abendbrot mit Gott zu tun gar nichts ich habe es mir verdient ich habe dafür gearbeitet oder es kam einfach auf mein Konto ich bin hingegangen und habe es gekauft und jetzt habe ich das ich habe eigentlich keinen Grund zu danken in meinem Herzen ist das auch nicht aber ich sage es trotzdem unser tägliches Brot gib uns heute woher auch immer das kommt eins will ich sagen Gott hat alle Umstände dafür zugerecht gestellt damit ich das Brot essen kann auch unser Einkommen und unser Einkommen scheint gar nicht von Gott abhängig zu sein Gott sieht es anders er ist derjenige der die Bedingungen für alle Einflüsse geschaffen hat und gelenkt hat damit wir diesen bisschen Brot haben damit wir diesen Wohlstand haben den wir haben чтобы wir das благополучие haben Jesus Jesus möchte dass es uns bewusst ist und dass wir in unserem Herzen in der Abhängigkeit von Gott bleiben und dass wir in unserem Herzen in der Abhängigkeit von Gott bleiben wir haben vielleicht viele Dinge umso mehr haben wir zu danken das sind Dinge die Gründe sind zum Danken und nicht von ihm wegzugehen es ist eine Grunde es ist eine Grunde es ist eine Grunde es ist eine Grunde in Nehemiah 8, Vers 10 in Nehemiah 8, Vers 10 darum bekümmern euch nicht denn die Freude am Herrn ist eure Stärke die Freude am Herrn ist meine Stärke die Freude am Herrn ist meine Stärke wir lesen weiter in unserem Text Hosea 9, Verse 2 und 3 Hosea 9 das ist ja das erste also wir lesen weiter in Hosea 9, Vers 2 und 3 2 und 3 Tenne und Keita werden sie nicht nähren und Most der Most wird sie im Stiche lassen sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien und reine Speise essen das ist das Ergebnis das ist das Ergebnis das wir als Christen nicht auf Gott vertrauen sondern auf Dinge welche uns Gott geschenkt hat wenn Gott uns Sicherheiten gibt dann können wir uns darüber freuen aber wir müssen wissen woher es kommt wir können nicht darauf vertrauen dass es uns bleibt auch wenn wir Vermögen haben können wir dafür danken wir können aber wir können nicht davon ausgehen dass uns dieses Vermögen ernährt es tut es nicht in Vers 3 in Vers 3 lesen wir sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn sondern Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien unreine Speise essen was ist das Land des Herrn was ist Ephraim was ist Ägypten was ist unreine Speise das Wachstum der Erkenntnis Gottes das Wachstum der Erkenntnis Gottes und der Lebenswandel in Christus und der Lebenswandel in Christus das ist das Reich des Herrn das ist das Reich des Herrn was ist das Reich des Herrn in Matthäus 5, Vers 3 in Matthäus 5, Vers 3 in Matthäus 5, Vers 3 selig sind die geistlich Amen blagen und die die Geistlichen Duhung denn ihre ist das Himmelreich wenn wir also zu Gott kommen wenn wir also zu Gott kommen wenn wir zu Gott kommen bringen wir kein Reichtum mit dann wir wir bringen keine Sicherheit mit wir bringen keine Sicherheit mit denn all das was wir haben ist uns von ihm gegeben wir kommen mit leeren Händen wir kommen geistlich arm wir духовно und wenn wir uns so sehen und wenn wir uns so sehen dann wird uns Gott geistlich erfüllen dann wird uns Gott geistlich erfüllt denn ihre ist das Himmelreich aber jetzt lesen wir dass sie das Land des Herrn verlassen das Herz geht weg von Gott nicht Gott nimmt sein Reich aus ihrem Herzen wenn wir nicht auf Gott vertrauen sondern auf andere Dinge dann verlässt unser Herz das Reich Gottes wir gehen vielleicht weiter zum Gottesdienst sprechen weiter unsere angelernten Gebete wie ein Ritual haben vielleicht weiter einen Dienst in der Kirche aber unser Herz ist von Gott weggegangen weiter steht hier дальше написано Ephraim muss nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien und in Assyrien unreine Speisen essen Ephraim возвратится in Egipte und in Assyrien wird es nicht nicht Eifraim steht für das neutestamentliche Christentum für das Volk Gottes das sind die Heiden die in den Bund mit Jesus Christus eingegangen sind das sind wir heute denn Ephraim und Manasseh sind in Ägypten geboren und in die Stämme Jakobs eingepropft sie waren nicht Söhne von Jakob sie waren Ägypter und so deutet Ephraim auf das neutestamentliche Volk Gottes welches die verheißungen Gottes und die Kindschaft Gottes annimmt wir sind eingepropft obwohl wir im geistigen Ägypten in der Welt geboren sind sind wir jetzt Gottes Volk wir sind Ephraim in Ägypten musste das Volk Gottes Sklavenarbeit verrichten wir bauten Straßen wir bauten Häuser wir bauten Paläste wir bauten das Reich des Pharao und der Pharao ist symbolisch der Satan Unreine Speise ist der Konsum von Dingen die gar nicht zum Konsum geeignet sind die nicht zum Konsum geeignet sind es ist die Frage also nach Dingen die in uns hineingehen die in uns hineingehen die in uns hineingehen und mit denen wir uns beschäftigen und mit denen wir uns gar nicht beschäftigen brauchen also in den Versen lesen wir wenn wir unsere Freude und unser Vertrauen nicht auf Gott setzen sondern auf die Dinge die uns Gott schenkt dann entfernt sich unser Herz von Gott wir gehen zurück in unsere sündhafte Handlungen bauen das Reich des Satans weiter und werden seine Sklaven in Abhängigkeiten in verschiedenen Süchten Medikamente bringen unsere Kinder zu Ärzten und die werden dann von Dritalin und Methylphenidat Hydrochlorid vollgestopft davon werden Kinder süchtig weil sie sich konzentrieren sollen heute ist eine neue Krankheit da dass sie sich болезien найдено die Kinder können sich kaum konzentrieren da reichen Medikamente für das ist wie Kokain erst mal gab es das Medikament und dann suchen die Menschen nach einer Krankheit und dann wurde eins ausgedacht ADHS können sich konzentrieren für diese Menschen gibt es halt Kokain ähnliche Substanzen wir nehmen das alles an wir denken das ist Medizin das ist ja Forschung das ist alles gut das ist das Ergebnis dessen dass wir uns mit Dingen beschäftigen die uns eigentlich gar nichts angehen in 5. Mose 28 Verse 47 und 48 da lesen wir folgendes dafür dass du dem Herrn deinem Gott nicht gedient hast mit fröhlichem und gutwilligem Herzen als du an allem Überfluss hattest musst du deinen Feinden die dir der Herr zuschicken wird dienen in Hunger und Durst in Blöße und allerlei Mangel und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen bis er dich vertilgt hat der Herr wird gegen dich aufbieten ein Volk aus der Ferne vom Ende der Erde das wie ein Adler daher fliegt ein Volk aus der Ferne vom Ende der Erde das wie ein Adler daher fliegt und ein Volk dessen Sprache du nicht verstehen kannst ein Volk mit trotzigem Blick das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat es wird die Frucht seines Viehs deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren bis du vertilgt sein wirst und dir nichts übrig gelassen vom Korn von Most und Öl vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe bis es dich zugrunde gerichtet hat und es wird dich an allen deinen toren ängstigen bis deine hohen und festen Mauern fallen auf welche du dich in deinem ganzen Land verlassen hast verset Vers 2. Vers 2. Vers 2. Dieser Text ist ähnlich wie der in Hosea. Es ist auch ähnliches geschrieben. Wir lesen in Hosea 9, Vers 5 weiter. Wir lesen in Hosea 9, 5. Sie sollen dem Herrn keinen Wein zum Trankopfer spenden und an ihren Schlachtopfern wird er kein Wohlgefallen haben. Wie Trauerbrot sollen sie ihnen sein. Alle, die davon essen, verunreinigen sich damit. Denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger. Es soll nicht kommen ins Haus des Herrn. Wir lesen über Christen. Wir lesen über die Kirche, die in die Kirche gehen. Wir lesen also auch über Brot und Wein. Wir lesen über die Kirche und Wein. Christen, die einen Bund mit Gott haben. Es geht um Menschen, die mit Gott gelebt haben. Rächt geht um Menschen, die mit Gott gelebt haben. Sie kennen Jesus. Sie leben in seinen Segenungen. Aber ihr Herz hat sich von Gott entfernt. Vielleicht dienst du in der Gemeinde. Может быть, du in der Kirche служst. Aber dein Herz ist gar nicht erfüllt mit Gott. Но dein Herz ist gar nicht erfüllt mit Gott. Vielleicht lässt du dich mal in der Kirche blicken. Может быть, du dich in der Kirche verletzt. Du kommst, um dich zu zeigen. Du kommst, um dich zu zeigen. Dann redet das Wort Gottes zu dir. Es geht nicht darum, dich zu zeigen. Rituale sind Gott egal. Es geht darum, dass Christus das Zentrum deines Lebens wird. Christus ist das Zentrum der Gemeinschaft hier. Wenn wir Gott dienen, dann dienen wir Gott und den Geschwistern. Es geht auf keinen Fall um mich. Rечь вообще nicht geht um mir. Es geht um Christus. Es geht um Christus. Wenn du dienst, dann geht es niemals um dich. Es geht um dich. Wenn du dich in der Kirche bist, bis bis hin zu dem, was in deinem Herz ist. alles seinbar ist, was im Zentrum deines Herz ist, was du in das Zentrum deinem Leben gestellt hast, was du in das Zentrum deinem Leben hast, dass du dich nicht mehr vistaest, es sieht. Aber alles das uhδ andатель ist das Zentrum Christus. Er soll das Zentrum meiner Kleidung sein, meines Verhaltens, meines Entscheidungen, meines Dienstes, meines Interesses, meines Interesses, und alles, was mein Herz bewegt. Und Gott warnt heute. Und Gott predobachtet. Denn ihr Brot ist nur für ihren Hunger. Es soll nicht kommen ins Haus des Herrn. Wenn wir davon ausgehen, dass das diese Wände das Haus des Herrn ist, dann tun wir uns da falsch. Dann machen wir das Haus des Herrn ist der Mensch. Das hat er sich erwählt. Das Haus des Herrn ist unser Herz. Das Haus des Herrn ist unsere Gemeinschaft. Wenn wir beten, wenn wir ihn lopen, wenn wir ihn lopen, wenn wir uns einander erbauen, wenn wir einander erbauen, wenn wir einander erbauen, wenn wir Gespräche führen, das Haus des Herrn ist mitten unter uns. Und wenn wir weggegangen sind, dann bleibt das Haus des Herrn nicht hier. Leer. Das Haus des Herrn geht mit uns, in unseren Herzen. Das heißt, wir gehen mit Gott in unseren Alltag. In 2. Chronik 11, Vers 16. Jenen Leviten aber folgten aus allen Stämmen Israels, welche ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels zu suchen. Diese kamen nach Jerusalem, dem Herrn und Gott ihrer Väter zu opfern. A bei ihnen und allen Israel-Kolten, die ihr Herz aufzunehmen, um Gottes Gottes zu suchen, um Gottes zu suchen, um Gottes zu suchen. Wir gehen in Jerusalem, um zu beurten, um Gott zu geben, um Gottes zu geben. Freunde, worauf wir unser Herz auszunehmen? Na was wir unser Herz aufzunehmen? Wir suchen Gott, wir suchen uns Gott überhaupt. Und interessiert uns das überhaupt? Sein Wille für mein Leben, Его Wille in meiner Leben, Gott ruft auch heute auf, deine Prioritäten zu prüfen, твоi Prioritäten zu prüfen. Er möchte, dass wir verstehen. Er ist derjenige, der die Umstände schafft, die wir uns versorgen können, dass wir uns versorgen können. Er ist derjenige, der unser Leben erhält, der unsere Leben erhält. Er ist derjenige, mit Kleidung, mit Kleidung, und mit Erkenntnissen. Was die Dinge anbetrifft, die in unserem Herzen so wichtig sind, so kann man sagen, wenn Reichtum, Geld, dann ist für uns Geld sehr wichtig. Und wenn für uns wichtig ist, dass wir Geld haben, dann werden wir geizig und gierig, wenn Errungenschaften wichtig sind, und für uns Errungenschaften Reichtum sind, dann werden wir ein stolzer Mensch, wenn wir etwas erreicht haben, wenn wir Wissen als Reichtum bezeichnen. Wenn wir Wissen als Reichtum bezeichnen, wenn Wissen für uns Reichtum ist, wenn Wissen für uns Reichtum ist, dann werden wir arroganci, dann werden wir einfach arroganci, wenn wir viel Wissen, und wir werden von oben herab auf andere gucken, die weniger wissen, die weniger wissen. Wir merken, unser Herz geht weg von Gott. Wir fühlen, dass unser Herz уходит. In 2. Mose 21, Vers 7-11, Das ist auch ein eher schwieriger Text, aber ich halte es kurz. Verkauft jemand seine Tochter als Magd, so soll sie nicht wie die Knechte freigelassen werden. Missfällt sie ihrem Herrn, also dass er sie nicht heiratet, so lasse er sie loskaufen. Aber unter ein fremdes Volk sie zu verkaufen, hat er keine Macht. Wenn er ihr untreu wird, vermählt er sie aber seinem Sohne, so soll er nach der Töchterrecht mit ihr handeln. Nimmt er sich aber eine andere, so soll er jener an Nahrung, Kleidung und ehelicher Pflicht nichts abbrechen. Tut er diese drei Stücke nicht an ihr, so soll sie umsonst unentgeltlich frei werden. Ja 20. Wenn jemand seine Thετε selbst hatte, sie sagte nicht, so kann er sie weg jeszcze bekommen. Wenn sie nie ang criticizing, und er sie nicht abschalten, sind sie ihm sein. Wenn sie ihn abschmelt, dann muss sie wegschranas ein. Er gibt einenapaalенить kulturellen ausk căatsu вamente, Die Gesetzmäßigkeit ist einfach. Gott hat uns geschaffen. Er hat in uns investiert, damit wir sind. Er hat in uns investiert, damit wir sind. Aber wir konnten ihm gar nicht gefallen. Deswegen sandte er seinen Sohn, der sein Leben dafür gab, sein Blut bezahlte, um uns zu kaufen, damit wir mit ihm gemeinsam sind. Warum sollte also Jesus Christus keinen Gefallen an uns haben? Weil wir uns, nachdem wir uns bekehrt haben, gar nicht bemüht haben, ihm zu gefallen. Er interessiert uns ja gar nicht. Er bietet uns weiter Nahrung an. Er bietet uns weiter Kleidung an. Er bietet uns weiter Kleidung an. Auch neue Kleidung. Wir können uns von Gott reinigen lassen. Wir können uns von Gott reinigen lassen. Er vergibt unsere Sünden. Er ist treu und bietet uns an der Erkenntnis Gottes anzuwachsen. Und in Vers 11 lesen wir, tut er diese drei Stücke nicht an ihr, so soll sie umsonst unentgeltlich frei werden. Und in Vers 11 lesen wir, tut er diese drei Stücke nicht an ihr, so soll sie umsonst unentgeltlich frei werden. Hier geht es gar nicht darum, dass Jesus diese drei Dinge an uns nicht tut, dass Gott diese drei Stücke nicht an uns tut. Es geht darum, dass er treu ist. Er riechtet о том, dass er верn ist. Aber wir interessieren uns für ihn gar nicht. Aber wir interessieren uns für ihn gar nicht. Er möchte uns geistige Speise geben. Er möchte uns geistige Kleidung geben. Er möchte uns geistige Kleidung geben. Und er möchte uns geistige Erkenntnis geben. Er möchte uns geistige Erkenntnis geben. Aber hier warnt uns Gott. Wir laufen, um Gefahr verloren zu gehen. Wir gehen nach встречe опасности, um zu beurteilen zu sein. Wenn wir uns für Gott gar nicht interessieren. Er hat alles dafür getan. 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 Er hat eine Frau gekauft. Wir sind die Frau. Wir sind die Frau. Wir sind er kaufte. Kothor er kaufte. Warum sollte jemand etwas kaufen, was er gar nicht will? Warum warum jemand etwas kaufen, wenn es ihm nicht braucht? Das Gesetz ist geistig. Er will mit uns gemeinsam sein. Er möchte mit uns gemeinsam sein. Er möchte uns gemeinsam sein. Er sagt, ich bin treu. Und er sagt, ich bin treu. Ich werde dich geistig versorgen. Ich werde dir geistig versorgen. Ich werde dein Leib versorgen. Ich werde deinem Leib versorgen. Und ich werde dein Geist versorgen. Ich werde deinem Geist versorgen. Vertrau mir. In 2. Petrus 1, Verse 10 und 11. 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 Aber es gibt auch andere Dinge, die wir eher loben und preisen als Christus. In 2. Petrus 1, Verse 10 und 11. Müssen wir halt auch prüfen. Da gibt es einen Dienst für, die das prüft, und dann singen wir und preisen den Herrn gemeinsam. Und das ist ein Dienst, den wir gemeinsam tun. Es gibt eine Situation in der Bibel. Jesus erzählt von einem Mann, einem Sünder, der kommt und betet. Und es gibt einen sehr religiösen Mann. Und es gibt einen sehr religiösen Mann. Der betet auch. Und beide beten. Und der eine betet so, der andere betet so. Das ist schon erstaunlich. Wir können gar nicht hören, was der andere betet. Wir können gar nicht hören, was der andere betet. Denn Gott weiß, was wir in unserem Herz denken. Für wie gerecht wir uns halten. Das ist unser Dienst. Das ist unser Dienst. Das sieht keiner. Das hört keiner. Das hört keiner. Das hört keiner. Aber Gott möchte, dass er im Zentrum steht. Aber Gott möchte, dass er im Zentrum steht. Mit seinen Eigenschaften. Die Zeit ist fortgeschritten. Und ich wollte doch noch den Vers 6 einmal kurz erwähnen. Ich wollte noch den 6. Stich noch mal überprüfen. Hosea 9, Vers 6. Denn siehe, wenn sie wegen der Verwüstung weggezogen sind, so wird Ägypten sie aufnehmen, Memphis sie begraben. Diesteln werden ihre Silbern, Kleinöden, Ödien, Verpuchern, Dornen ihre Hütten. Denn sie sind weg von der Verwüstung. Ägypten sie holt. Memphis sie schützt. Dragegern sie sie aus. Und sie schützt sie sie aus. Und sie schützt sie sie aus. Und sie schützt sie sie in den Schatten. Satan freut sich, wenn ein Mensch hier rausgeht. Der Dschwunsch erfreut, wenn ein Mensch hier rausgeht. 100 Prozent, denn das ist ein Mensch, der jetzt sein Reich bauen wird. 100 Prozent, wenn unser Herz in Gott verlassen. Und wir jetzt wieder in Ägypten sind. Und wir sind wieder in Ägypten. Der Satan freut sich. Das steht hier. So wird Ägypten sie aufnehmen. Ägypten sie begraben. Memphis sie begraben. Memphis sie sie begraben. Und dann lesen wir über Disteln und Dornen. Und dann lesen wir über Krapiv und Dornen. Wenn wir in unserer Bibel-App eingeben, Disteln oder Dornen. Wenn wir in der Bibel-App eingeben, Disteln oder Dornen. Oder in einer Konkordanz. Oder in einer Konkordanz. Dann deuten Disteln und Dornen immer auf Strafe. Tare Krapiva und Kalücke всегда auf was? Auf Strafe. Ukазывает на наказание. Zumindest meistens. Во всяком случае, в большинстве случаев. Wenn das Land, wenn das Volk des Herrn Gott untreu ist. Если народ Bожий не верен Господу. Dann werden Disteln und Dornen das Land beherrschen. Tare Krapiva und Kalücke будут госпodствовать в этой земле. Und wir können uns erinnern. 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 Was für eine Krone unser Herr Jesus Christus aufgenommen hat. Какой венец имел Господь Jesus на своей голове? Die Krone von Dornen. Венец из терна. Die ihm aufgesetzt wurde. Который был посажен ему на голову. Und das macht ihn für uns zum König. Und das macht ihn für uns zum König. Sie nahmen ein Rohr. Они взяли eine Paule. Wahrscheinlich aus Metall. Wahrscheinlich aus Metall. Und sie hauten ihm auf den Kopf. Und sie beherrschen ihn auf den Kopf. Das bedeutet. Das bedeutet. Die Dornen drängen in sein Gehirn hinein. Diese Krone dern in sein Gehirn hinein. Jetzt verstehen wir, was das bedeutet. Er ist für uns zum Fluch geworden. Er war für uns вместо Prokletия. Er hat unsere Strafen auf sich genommen. Er hat die Verpflichtung des мира нашего. Und das macht ihn für uns zum König. Und das macht ihn für uns zum König. Er hat uns gekauft. Er hat uns gekauft. Und deswegen will er. Und deswegen will er. Dass er im Zentrum unseres Lebens ist. Dass er im Zentrum unseres Lebens ist. Damit wir nach diesem Leben. Чтобы wir ihm. Nach diesem Leben. Чтобы wir nach diesem Leben. Fähig sind. Spособны были. Das ewige Leben zu leben. Wечную жизнь жить. Amen. 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 Vielen Dank.